Und super wichtig, morgens und abends nach dem Aufstehen und vor dem Schlafen gehen, immer Dehnübungen, Yoga, Dehnübungen. Ihr spürt ja da, wo es spannend, wo es nicht so entspannt ist, da dehnt ihr euch einfach, sodass es zieht, sodass es auch ein bisschen wehtut, aber das Ziehen und das Dehnen, das lockert die Bänder und Muskeln wieder und lässt das Bindegewebe geschmeidisch werden. Denn es kann wieder das heilige Wasser durchfließen und macht das Bindegewebe fest, sodass Bänder und Muskeln fest am Knochen ansitzen und auch unsere Haut straff und schön ist.